Deswegen klettere ich auch gerade total weit nach oben. WTF? 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 Jetzt lag ich hier in der Wand rum. Ja, ich leck auch gerade ein bisschen. Aua, scheiße, das war dämlich. Dat war dämlich. Bist du gestorben? Ne, ne, ich bin runtergefallen. Wie kommt man da denn rein? Hast du irgendwie schon einen Eingang gefunden, Fuse? Ja. Ich bin ziemlich weit oben. Aua, scheiße, ich bin fast tot. Alter, sei ja vorsichtig, Junge. Scheiße, hier gibt's keine Küsten. Also hier ist man eindeutig am sichersten. Oh, hi. Wenn du fällst, dann spring immer auf die Lianis am sichersten. Ah ja, ne, ist klar, aber wie kommt man da ganz oben hoch? Da ist ja noch ein Raum über uns. Herr Lianus. Warte, ich hab die Treppe gefunden. Ach ne, ist ein Raum, ne? Ja, da ist eine Treppe, aber... Hab's ja gefunden. Ob das so sicher da ist, weiß ich auch nicht. Ich hab sie. So. Ach, das bist du. Ich hab hier oben einen Zombie gehört. Gehst du vor, bitte? Ja, natürlich. Ich hab nur anderthalb Life, ne, noch. Ich hab was laufen. Oh! Sehr gut. Ich geh weiter nach oben. Daher kann man aber sich schon gut verschanzen. Ja, mach du das mal. Ich schleiche außen drum herum. Da ist noch einer. Okay. Hier draußen ist nichts. So wird ich das hier... Oh ja, ich muss was trinken. Ist da oben Wasser oder so? Äh, wenn du die Zombies aussaugst, ist da bestimmt Wasser drin. Jaaa, ich glaube geronnenes Blut kann man schlecht aussaugen, Hose. Oh, hier ist ne Küste. Warte, was ist drin, was ist drin, was ist drin, was ist drin? Oh, ich hab keine Ahnung. Ich werde nur von Zombies die ganze Zeit belagert. Jaaa, ich weiß warum es jetzt Zombie Fortress heißt. Oh ja, ne Lederrüstung und ein Holzschwert. Naja, das ist jetzt nicht so super. Ah, scheiße. Scheiße, ich bin verwundelt. Heil mich mal. Wie denn? Ja, mit deinem Papier. Schlag einfach auf mich ein. Ich brauch ne Schere dafür, du Schlauberger. Oh, scheiße. Nutz selber dein Papier. Habe ich schon. Ja, meins kann ich dir nicht geben, es verschwindet ja dann sofort. Geh du mal voran, jetzt bin ich hier sehr... Ja, ich hab nur noch anderthalb Herzen, mein Freund. Na gut, ich habe drei... So, Steinschwert und Zucker. Zucker! Ey, gib mir das Ding wieder. Danke. Und jetzt geh ich noch weiter nach oben, weil ich äh... Skill hab und so. Mhm. Mhm. Ich hab überhaupt keine Angst. Oh, noch ne Kiste. Und ein Steinschwert. Und Pfeile. Und Zucker. So, Lederrüstung. Schuhe und äh... Hosen. Ähm... Ja. Äh... Ein Tipp von mir, schau nicht nach unten. Ist bestimmt nicht gefährlich. Lust, lass uns mal sprechen. Ja, Sigi, wenn da unten zwei Block tiefes Wasser wär, dann würde ich sogar Ja sagen. Okay, ja, dann... Ja, dann... Dann würde jeder Ja sagen. Hier oben ist nicht. Ich habe Angst. Ich bin der König der Welt. Äh, hoppala. Ey, Philipp, ich springe. Am nächsten wäre jetzt, äh... Ja. Auf der Karte gibt's hier bei Minus 1280 Minus 500 Yaptown. Äh... Ahnung. Problem davon ist einfach, Yaptown wird öfter mal besucht. Ansonsten findet sich weiter hinten Logging Camp. Da müssten wir Minus 1100 Minus 940. Fahren wir da hin? Nee, egal, solange ich überlebe. Lass uns eher nach Yaptown. Wir brauchen was zu essen. Und Heilung. Und Yaptown war genau... Minus 1280 Minus 500. Minus 1280 Minus 500. Genau. Okay, das ist ja nicht so weit weg. Ähm, kommst du mal bitte runter? Ja. Ähm, hier hin, wo ich bin. Kann man da leichter runter? Ja, einfach fallen lassen. Das geht bis zum Boden. Äh, wenn nicht, dann sag ich dir Bescheid. Ja, es geht bis zum Boden. Gut. Sehr gut. Und hier haben wir uns jetzt sehr viel Energie dran gespart. Ja. Ähm, bam, 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 bam. 1280. Warte. Die Richtung. Welche? Diese da? Ähm. Nach West. Minus 500 hat sie gesagt, ne? Ja, Minus 500 bleiben und dann... Minus 1200 schlag mich tot. Okay, jetzt einfach in die Richtung um ein bisschen nach hinten. Wer hat verfolgt. Wer hat verfolgt. Zombie. Zombie. Okay. Hilfe. Boah, hast du Schaden genommen? Nope. Zombie down. Total this life. Ich hab schon 5 Zombies in meinem Leben getötet. So, äh, pack dann ne Holzschwert und so weiter, damit alle denken, du bist ein Kackenhoop. Ich nehm immer mein Holzschwert. Alleine ich verbrauche erst mein Holzschwert und dann nehm ich erst mein Steinschwert. Ja, und wenn ich so wenig Leben habe, dann geh ich lieber auf das Steinschwert. Na gut, denn... Ah, da vorne ist das Zombie. Ja genau, ich verschwinde Häuser. Vorsichtig. Hier ist relativ wenig mit Zombies, ne? Ich weiß nicht. Zombies ist immer irgendwie... Ach, das hier ist das. Hier findet man auch, äh, öfter mal Kisten. Naja, hier kannst du auch richtig viele Zombies haben. Das hatten wir, ich mein, mit Martin zusammen. Da muss man sich die ganze Zeit irgendwie rumschleichen. Ah, okay. Wo bist du? Da hinten rum. Warte, warte, warte auf mich. Hier hinten sind Zombies, vergiss das hier hinten rum. Okay. Warte du auf mich. Vielleicht mag der eine ja jetzt Zombies anlocken. Mhm. Schade, dass man keine Scheiben einschlagen kann, ne? Könnte man ja mit nem, äh... Wie heißt das hier? Mit nem... Ziegelstein machen. Genau. Aber es soll ja meinen Sieg kopieren. Ich geh in den Turm in der Mitte, weil der ist am sichersten. Ja, ich sammle hier das Papier und alles auf, was der Typ hier fallen lassen hat. Ist nämlich ein Typ gestorben und da auch. Alter, nice. Hat er ne Schere dabei? Man kann nur ein Zombie-Flash auf einmal nehmen. Der hatte... Keine Ahnung, der hat Schneebälle dabei. Schneebälle bekannts jetzt so. Komm mal her, total viel Rotten-Flash. Ja, Rotten-Flash hab ich hier auch gerade, aber das hilft mir nicht. Das heilt nicht. Vorsicht, da kommt Zombies. Oh ja, Zombie, komm. Mich haben sie nicht gehört. Ja, die gehen aber... Haben sie nicht gehört? Gut. Wer kämpft da? So zwei Typen mit Kettenrüstung. Oh, 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 oh. Kettenrüstung ist meist ein Indiz dafür, dass sie Banditen sind, finde ich. Ja, ich bleib hier oben im Haus drin, ne? Oh scheiße, die haben Eisenschwerter. Oh ja. Und... Greifen sie dich an? Nein. Verteidigen sie? Nein. Lass, wir gehen und stellen uns mal hier hin. Ich habe jetzt zwei, äh, Steinschwerter. Äh, zwei Holzschwerter und Milch habe ich. Ich guck mal eben schnell raus, ob die uns hierher gefolgt sind. Rück dich lieber mal. Ich sehe hier niemanden, der hier hochgekommen ist. Gehen wir runter, ich glaube nicht, dass sie es angreifen, uns hätten sie es längst schon getan. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Und auf alle Fälle Heilung, brauchst du ja auch, ne? Ja, da vorne. Ja. Die haben gecampt, die Miestviecher. Mit einem Schuss, wir beide? Ja, erst hat der Schuss mich platt gemacht. Erst hat er dich platt gemacht, oder mich. Und dann ist er nochmal runtergefallen von dir, weil du halt auf einmal weg warst, ne? Und, naja. Gut. Baaah. Machen wir hier erstmal... Och, da haben wir Stopp. Ne? Sonst wird's asynchron. Also, wir sehen uns gleich wieder. In 3, 2, 1, bis gleich. 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, Start. Wir sind wieder da. Hi. Willkommen zurück. So meinen Sie. Denn wir haben's drauf, wie man gerade gesehen hat. Wir sind nämlich gleich wieder gestorben. Wie man schön in der vorherigen Folge gesehen hat, ne? Oder vorhin. Genau. Und das hier sind jetzt wieder frischere Folgen. Ne? Weil mir die ausgegangen sind letztens. Also Fusel, wo bist du denn gespawnt? Ich bin in der Wüste wieder bei der Kreuzung. Äh. X800. Äh. Töte dich. Weil ich hab hier gerade ganz viele Häuser. Okay. Ich bin dann mal weg. Oh, ich hab'n Pfeil. Yay. Oder... Oh, nee. Warte, bevor ich mich töte, will ich noch ein paar Zombies. Los, meine Zombie-Freunde. Kommt. Kommt. Haha. Erstmal trollen, ne? Haha. Ich will irgendwie trollen mit meiner Zombie-Army. Oh, da hab' ich gleich schon 5 Zombies an den Haken. Hm. 4 sind aber auch anhänglich. Ja, irgendwie schon. Kommt, meine Freunde. Ja, ja, ja. Kann ich so unterschreiben. Hm, hm, hm. Ja. Ja, ich suche gerade... Oh, da ist ein Leuchtturm. Ich suche gerade... Oh, da ist ein Leuchtturm. Ich finde... Ich finde... Ich finde... Ich finde... Rein gar nichts. Ich finde noch weniger als gar nichts. 0, nix. Yay. Oh, Alter. What the fuck sind das viele Zocker? Kakaobohnen. Oh, Kakaobohnen. Das ist so unnütz. Das ist scheiß Kakaobohnen. Ich habe mal einen Screenshot davon gemacht, wie viele Zombies mich verfolgen. Hm. Schön. Äh, nein. Ich bin kein Franzose. Okay. Ey, weißt du was du machst? Hey, weißt du was du machst? Ja? Den machst du so als... Als... Wie nennt man das nochmal? Ja, dieses Bild, was man da hochwert. Ähm. Als Subnail meinst du? Genau, das nutzt du jetzt. Ich schick's dir nachher und dann nutze das als Subnail. Ja, als Subnail nutze ich immer dieses Mein-Sie-Logo. Äh, die Mein-Sie-Schrift da. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum bei der Mein-Sie-Schrift keine Folge drunter steht. Ja, äh. Einfache Kiste vergessen. Und das habe ich jetzt so oft vergessen, dass ich keinen Bock mehr habe, das Vergessene nachzuholen. Wieso gibt's keine Folgen? Machst du einfach in der richtigen Reihenfolge und fertig. Ja, ne, ne. Ich mach Mein-Sie. Und dann schreib ich da Folge 001 oder 002 oder 014 oder irgendwie sowas drunter. Normalerweise, ne? Ach du Scheiße. Und das habe ich so oft vergessen, deswegen gibt's jetzt nur noch Mein-Sie. Okay? Es gibt keine Folgen mehr. Ne, ne. Folgen gibt's hier nicht. Folgen sind nur ausverkauft. Kommt's mir nur so vor oder verliert man Wasser deutlich schneller als vorher? Ja, ja, das tut man. Ich komm jetzt mit meiner Zombie-Armee in eine Stadt. Ich geh übrigens Richtung Norden wieder. Alter, zieht das Wasser aber einen runter. My little Zombie-Armee, my little... Jo, da kloppen sich welche. Also einer von denen ist ein Dingens, ne? Ein, ein, ein... Bandit. Und jetzt hat der Räuber die räuberische Arschkarte gezogen. Hm. Hey, Räuber, komm mal her. Ich will dich in den Arm nehmen. Hm. Hm. Ich stelle mich mal im Upside und gucke, was in meiner näheren Umgebung so ist. Ich komm jetzt in deine Richtung und werde gleich zum Zombie. Das heißt, ich habe rote Farbe und ne Schere. Das hast du gerade alles dabei? Ja. Äh, wo bin ich jetzt gerade hingelatscht? Äh... Ich bin gleich wieder bei Zombie Fortress, wenn das so weitergeht. Wo ich geh jetzt diesmal eher nach Jap Town. Und dann zu... Nee, komm mal zu mir, komm mal zu mir. Bist du denn? Ich bin grad in der Wüste angekommen. Und ich habe wirklich sehr gute Sachen bei mir. Ich bin jetzt... X minus 200. Ich geh Richtung Kreuzung. Und wenn du die guten Sachen nicht haben willst, dann... Ja, ja. Ich komm ja schon. Haben die Zombies inzwischen von dir abgelassen? Jo, die haben sich mit dem Räuber eingelassen. Sehr gut. Dann können wir ja doch zusammen spielen. Allerdings habe ich jetzt sehr viel Hunger. Und... Oh! Einen Wattenflash habe ich. Ja, dann mumpf das mal auf. Und es ist... Oh, wow, wow. Scheiße, hier ist einer. Hier ist einer. Das ist, glaube ich, ein Bandit. Hier ist einer mit Kettenrüstung und Eisenschwert. Jo. Ähm... Noch ein paar Sekunden Hunger. Ich glaube, ich bin jetzt entkommen. Weil der hat sich... Hat sich nämlich angeschlichen. Der Zombie hat ihn Gott sei Dank noch gesehen. Und hat ihn... Ähm... Naja... Einmal auch voll gebitschleppt. Gebitschleppt? Genau, gebitschleppt. Also, sobald ich bei dir bin, gebe ich dir einfach alle meine Sachen. Und dann... Versuche ich zu sterben. Der Typ hat gerade den Zombie Dance gemacht. Zombie Dance, bitch. Ja, der Typ mit dem Eisenschwert. Zombie Dance, Zombie Dance, bitch, bitch, bitch. Dancing to the moon. Dancing to the moon. Dancing to the moon. Aua. Ah, das war nicht der Richtige. Der Typ ist immer noch am Leben anscheinend. Ähm... Der hatte gar nichts mehr dabei. Der hatte nur Zombie... Ich hab nur Zombie-Flash von dem Typen bekommen. Naja, besser als gar nichts, was? Ja gut, hab ich wieder was zu mampfen, ne? Jo. Ich bin immer noch so ein elendiger Hungerhaken. Interessant finde ich, dass alles kaputt ist. Aber... Aber diese... Der Laternenpfahl an der Kreuzung, der funktioniert noch! Ja, irgendwie komisch, ne? Bist du das? Ne, das bist du nicht. Ich laufe gerade so den Hügel hoch. Ich bin gleich bei der Kreuzung in etwa... Sagen wir mal zwei, drei Minuten. Dengladen! Alter, Wichser! Oh Mann ey, warum ist der Surfer so voll von irgendwelchen Schwachmaten, ey? Ganz ehrlich, Leute, es bringt nichts, wenn man gerade gespawnte Leute tötet. Der Stuff ist... Ah, den man da bekommt, der ist so... Boah! Dämlich! Das lohnt sich schon gar nicht. Ja, das... Man erkennt wirklich die... Die Neulinge einfach. Die Neulinge, die kein Plan haben. Ja. Wenn man einen Neuling hat und den killt, dann ist sein Zombie da mit seiner Rüstung. Sobald man den Zombie aber tötet, ist der ganze Kram weg, weil... Es nützt einfach nichts. Man kann den halt nicht droppen. Du kriegst nichts außer ein bisschen Zombiefleisch und dafür lohnt sich das nicht. Und ich bin jetzt übelst weit weg und ich würde sagen... Äh, wir beenden das hier erstmal nicht. Nein, das, äh... Keine Angst, das war jetzt keine Einladung fürs Folgenende. Sondern, äh, wir machen es erstmal so... Jeder schlägt sich irgendwie durch und wir treffen uns dann an einem Punkt im Norden. Okay, erstmal Durchschlag. So, ähm... So, ich bin grad irgendwo im Sumpf. Oh, Alter. Der Sumpf ist nice. Naja, mehr oder weniger. Das... Das spawnen meist, äh... Also, bisher habe ich im Sumpf so wenig Zombies gesehen. Genauso viel wie in der Wüste. Hm. In der Wüste sind verdammt viele Zombies, finde ich. In der Wüste, finde ich, sind... Also, bisher habe ich da noch nie wirklich viele Zombies gesehen. So, ähm, jetzt wollte ich erstmal gucken. Ich verstecke mich jetzt zwischen den Bäumen, was man mich nicht so gut sieht. Es gibt sogar einen Punkt, wo Giants spawnen. Ja? Wo soll das denn sein? Ja. Ähm... Wenn du ne Map hast von Main Sea, dann siehst du im Norden, weiter links, glaube ich, müsste, ähm... Da ist ein riesen Vulkangebiet. Da ist ein Vulkangebiet und irgendwo da sind drei Türme. Mhm. Und da spawnen auch Giants. Okay. Die sollten wir meiden. Äh... Äh... Wo war ich? Äh... Aber da, wo die Giants spawnen sind, DIA-Rüstung, Kettenrüstung, alles, was man...